Hallo und willkommen auf dem Kanal ZDF und Sky Sport 3. Sie können live verfolgen das Achtelfinalspiel des DFB-Pokals. FC Köln Hertha BSC. Diesen Mittwoch 4 Dezember 2024 um 18 Uhr. Das Endergebnis wird nach Ende des Spiels in der Videobeschreibung hinzugefügt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald.